Nein, Blutis, hier in dem Spiel ist es wirklich so, dass Bambi von jetzt erschießt dich in 20 Minuten mit einer Rack. Das ist nichts. Deshalb wird alles getötet, was läuft. Ich habe es trinken, aber noch nicht mal gehört. Schaut her! Get on the ground! Go on the ground or we kill you! Go on the ground. Schieß ihn in die Beine. In die Beine, in die Beine. Nicht töten! Da willst du mal Spaß haben, wenn Bambi und der tötet ist. Schleimi! Der hat ja von oben noch geschossen. War der erste, müsste ein Treffer gewesen sein, oder? Ja, war so. Doch, einer war ein Treffer. Ich habe es gesehen, als die Klamotten sich verändert haben. Ich wollte in die Beine schießen. Wir haben doch einen Clan vorhin gehabt. Ich habe extra das Seil mit eingepackt. Ich habe Schweine geschossen. Ich habe Schweine geschossen. Ich habe Schweine geschossen. Ich habe Schweine geschossen. Ja. Wir haben ja schon Kills geteilt. Den müssten wir jetzt dritteln, oder? Hat Parallel nicht geschossen. Ich habe nicht geschossen. Okay, dann. 0505. Das war mit zu blöd, ey. Ich wollte in die Beine schießen, dass er runtergeht. Ich kann den Namen anfangs namig aussprechen. Ich sage einfach Hallo. Hallo, Hallo. Hallo, Hallo. Was ist los? Der Buddy-Shotter hat mit Felix. Ja, komm ran. Ich bin vom Server runter. Wieso das? Ich habe keine Ahnung. Ja, dann lock. Schnell. Gib Kit. Ja, dann komme ich wieder zu euch. Das ist mir zu low alleine. Nein. Ich bin doch schon unten. Ich bin doch schon fast unten. Das war alles easy. Ja, aber Nugi ist doch noch nicht da. Ja, dann bleiben wir jetzt hier Defense, bis Nugi da ist. Felix, wo bist du jetzt? Wir laufen mit Metallschäumen, Bastard. Ich bin rechts von. Okay, Metallschäumen. Ich komme. Ich komme. Ich komme uns in der Metallschäune. Skada! Kein. Bis der Nugi da ist. Ich bin drin. Alter, was war das denn, ey? Komm mal rein. Ich muss am Sliden. Ernsthaft? Das Erste. War dir auch, Heini? Das ist ein Slide von mir. Oh, du sitzt. Jetzt bist du normal. Ja, aber ich habe keinen fucking Double-K. Ich hatte die Glock nicht in der Hand. Dieses gottverhurte Drecksspiel, ey. Hat sich vorhin auch. Ja, alles gut. Wir machen heute zum ersten Mal diese Woche. PvP in Czerno und haben Equips. Dank dem Heini und dank dem Nugi. Hier kommen wir, der Parade Equip. Der Heini hat Equip. Der Parade hat aber Equip, weil er sich das geschossen hat. Betonung, nicht auf geschossen. Lili, hau rein, schlaf gut und grüß Kasper. Und die Katze. Oder nee, die Katzen. Glücklich mit der Winchester. Ja, genau. Und hat Moni. Und hat nochmal Moni, auch ein Zeltkarakter. Richtig. Parade, es klappt übrigens tatsächlich, wie du gesagt hast, mit Moni in die Leiste ziehen. Scheiße. Haben sie dann aber reingepatcht beim Hotfix, weil zu Release von... Ja, 5,9 ging es nicht. Scheiße. Das war der Patch, wo die Glocken mit rein kamen. Und danach kam ein Hotfix und dann funktionierte das. Das ist supergeil. Dann kannst du quasi jetzt... Du musst die Moni nicht mehr splitten, wenn du Protector Case hast. Dann hast du einfach alles ins Protector Case. 356 Player Moin. Ja, das ist ja halt... Das ist halt der Sinne Sache, weil alles andere wäre Quatsch. Mach die Tab-Taste, ab die Moni nach, splitt die Moni... Ja, und wenn du es in der Schwarz... Du musst es, du musst es ja nicht splitten, aber... Wenn du sie safe hast im Armorbox, drückst du Tab. Squallst auf deine Hose, weil da hab ich immer die Moni-Packs drin. Dann machst du rechts, klick, View Content. Dann ziehst du die Moni in die Waffe. Und dann ist eine Minute rum und du tot. Genau. Und so drückst du nur die Taste und lädst nach. Du kannst auch ganze Max dabei ziehen, ne? Dann wechselt... Spieler... Ich bin das. Move doch nicht, man. Alter, es geht keine Tür auf und nix. Und er schreibt Spieler. Ja, weil du steppst hier rum und sagst nix. Ist echt, Alter. Beim nächsten Mal gibt es eine Gedanken-Schelle. So, 60 Sekunden, ich komm drauf. Gedankenschelle, safe call. Erstmal wat. Gedankenschelle, sagt er. Laserschelle heißt er. Na ja, solange es nicht die Kopfschelle ist, ist ja alles gut. Jetzt wird der ein bisschen spritzig. Jetzt verstecken wir uns in der fucking Scheune, bis Nugi da ist. Und ihr nebelt hier alles ein, oder was? Ihr seid einfach so bescheuert. Ihr seid so gottverdammt bescheuert. Alter. Das nenne ich einen glatten Kurz-ins-Gesicht. Schieße mal ein zweites Loch, Felix. Steh da drauf. Ich kann immer die Glock da reinstecken. Komm mal her. Dreh ich mal um. Ich steck dir auch gleich was da rein. Nugi-Status. Ja, please wait, steht. Parra, hier sind Metall-Steps, Parra. Achtung. Da ist eine. Spieler hinter dir, Parra. Pew, 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 pew. Ich schwöre euch, wir haben heute Abend schon wieder so ein Fehlziel. Das geht gleich wieder so voll in die Hose. Ja, viel zu viel Spaß. Der Sinn dieses Spiels ist, andere Leute zu töten und dabei nicht selbst drauf zu gehen. Klebi macht Fitnessübungen wie in DayZ, ey. Na. Meinst du dadurch mit deinem Charakter besser, oder? Na klar. Siehst du nicht die drei Säckchen? Ich hab die ganze Zeit hier nur schwarzen Bildschirm. Ja, ich hatte eben auch eine halbe Minute bis heute. Ja, das dauert, das dauert, das ist echt lange. Aber manchmal hab ich auch einen Instance-Porn. Guck mal, auch noch pervers lang. Guck mal, das muss Fernsehen da abziehen. Guck mal hier, ich hab Stähnchen unter Brüder an. Oh, ich bin drauf. Ich hab heute mit mein Höschen. Dann komm runter zur Blechscheune. Einfach den Berg runter, Blechscheune. Du, wie perverslich. Ach so, du willst mal lecken, der kommt her. Du bist doch Vibe. Ja, klar. Nelly Cat hat's grad schön ausgedrückt. Überleben, andere das Überleben verwehren. Die wollen nirgeln wieder. So, auf geht's jetzt, komm. Sniper Hell, Ruine. Ruine und dann Tech House und dann Police. Tschüss. Vielen Dank.